KRONE HIT, wir sind die meiste Musik, die besten neun Hits, gemixt mit den KRONE HIT Greatest Hits. Herzlich willkommen beim KRONE HIT, Desperate Housewives Verpassed Service. Heute zum letzten Mal für lange, lange Zeit, weil Desperate Housewives ja auf der Pause macht im Fernsehen. Der beliebteste Handwerker, der Visteria Lane, stirbt und Susan erinnert sich zurück an die schönen Zeiten. Soll ich schon sterben? Ah, 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 ah. Du musst das Licht in die Kamera bringen. Ich bin schon tot. Das war unser Desperate Housewives Verpassed Service, die letzte Folge. Vielen Dank für die zahlreichen, für die tausend Mails, die gekommen sind. Danke, danke. Wir sind zurück im Herbst. Danke vielmals, wir kommen wieder im Herbst. KRONE HIT Greatest Hits KRONE HIT